Hallo, ich bin Tarkan Pschal. Ich bin 14 Jahre alt. Meine Position ist zentrales Mittelfeld. Meine bisherigen Vereine waren der Team von Belsen und Stuttgarter Kikas. Meine persönlichen Ziele sind, mich jeden Tag weiterzuentwickeln und später mal Fußballprofi zu werden. Und die Ziele mit der Mannschaft sind es, oben mitzuspielen.